Gülcan Kams ist immer für eine Überraschung gut. Ob sie offen über ihr Gewicht spricht oder sich in ausgefallenen Outfits zeigt, die Ex-Viva-Moderatorin gehört definitiv zu den bunten Vögeln der Instagram-Welt. Dass die 38-Jährige ihren Alltag wie selbstverständlich mit ihren Followern teilt, gehört mittlerweile wohl so zu ihrem Leben wie ausgewogene Ernährung. Da ist es natürlich auch nur logisch, dass sie auch ihren veränderten Look à la Rapunzel mit ihren Fans teilt. Mit Typ-Veränderung gemeint sind die langen erblondeten Haare, die kurz zuvor noch deutlich dunkler gewesen sind. Auch, dass Gülcan ihre Haare glatt trägt, sieht man nicht oft bei der gebürtigen Lübeckerin. Mit dem freizügigen Look und den erblondeten Haaren erinnert sie uns dabei an eine andere Promi-Dame. Ob sich Gülcan bei ihrem Umstyling Sophia Vegas als Vorbild genommen hat, dass diese Aufnahme bei ihren Fans gut ankommt, beweist dieser Kommentar, tippitoppi, öfter mal was Neues steht dir gut. Was Rapunzel wohl dazu sagen würde?